herzlich willkommen zu einem neuen shop video heute ist ja der nächste tag der fortnite champion series beziehungsweise die nächste woche und da werde ich wahrscheinlich auch mitspielen wenn ich natürlich wenn ich mates finde und alles auch hoffentlich klappt ich will im letzten mal dass sie einfach nicht teilnehmen kann obwohl ich champion liga bin so etwas ist natürlich schade aber sonst wird dann auch das stream angehen und dann werden dort zocken und unsere bestes versuchen und wie wir es unten auch schon sehen können ein fahrzeug wurde früher ging deaktiviert uns das bies ich glaube stört jetzt kein dass das bies deaktiviert ist weil es zum einen echt schlecht ist und zum anderen man es zum anderen auch ist auch eigentlich keine so jetzt schauen wir uns den shop an ich habe schon gesehen einen neuen mode da drin ist und jetzt haben wir hier den heim charakter drin sieht auf jeden fall ganz nice aus der skin hat auch verschiedene stile und ganz nice backpack die farben gefallen sehr gut und finde ihn ohne heim sogar eigentlich am besten so sieht er wirklich ein eis aus gefällt mir skin dann männliche version finde ich nicht ganz so cool den skin an sich wobei das backpack natürlich ganz nice aussieht allerdings ist immer doch ziemlich groß dann haben wir katzenkalle als spitzhacke super nice sound sieht auch cool aus und aber noch schnurtastisch ist jetzt nichts besonderes der gleiter hat man ja in vielen ausführungen schon gesehen dann habe ich hier den mobster skin ist auf jeden fall ganz witzig der skin hier einfach so ein mob skin ein mobs und im prinzip als skin hinten mit so einer futterschale sieht auf jeden fall ganz nice aus der skin dazu gibt es auch noch den kaufknochen ist in ordnung und die wohlflackierung ist jetzt nichts allzu besonderes dann haben wir den katastrophen charakter von gestern ist auf jeden fall ganz nice das gehen kann man sich auf jeden fall kaufen und sonnenstich spitzhacke hat auch ganz nice sound dann haben wir den wagen und charakter hat so im prinzip so leuchten haare schon als sie leuchtet nicht wirklich als sind schon so neon mäßig ein bisschen aus das kind an sich glänzt auch extrem sieht eigentlich ganz nice aus gefällt mir dann haben wir sauberer groove dann haben wir die tapflakierung ist auch wieder nichts besonderes und dann aber zu flammen auf jeden fall auch nice mode dann haben wir den krawallkumpel ist jetzt nichts allzu besonderes der skin und als letztes haben wir dann auch immer mit der ruhe am besten passt natürlich irgendwie zum fisch immer mit der ruhe keine panik sieht auf jeden fall nice aus gefällt mir shop heute ist gar nicht ganz nice natürlich über ein abo und like freuen wenn euch die videos hier auf dem kanal gefallen schreibt gerne in kommentare was ihr für videos sehen wollt und dann bis zum nächsten video beziehungsweise bis zum nächsten stream ciao